Hi Leute und willkommen zu einem neuen Infovideo könnte man sagen. Ich versuche es kurz zu halten. Basically, ich ziehe jetzt um. Und das heißt, dass ich wahrscheinlich ungefähr für eine Woche oder so kein Internet habe. Zumindest vermute ich das. Man weiß es nicht, vielleicht habe ich auch direkt Day One Internet. Das weiß ich nicht, aber ja, nur dass du auf jeden Fall Bescheid wirst, dass ich dann womöglich die nächsten paar Tage nichts hochladen kann. Das ist tatsächlich nicht das erste Mal, dass ich umziehe. Ich bin nämlich schon sehr oft in meinem Leben umgezogen tatsächlich. Als ich damals mein allererstes Video gemacht habe, da war ich in dieser Einwohnung, die ungefähr so aussah. Ja, das ist das einzige Bild, was ich geben werde. Mehr kriegt ihr nicht. Na gut, ich habe auch eigentlich keine anderen Bilder, aber egal. Ich bin dann irgendwann umgezogen. Irgendwann zwischen diesem Zeitraum bin ich dann umgezogen und habe dann woanders Videos aufgenommen. Ich habe leider keine Bilder von diesem Ort, also ich kann euch da jetzt nichts zeigen von. Aber ein Zimmer kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern. Ungefähr so Mitte bis Ende 2017, glaube ich, war das Bild umgezogen. Und die Wohnung, die kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Die kennen die meisten von euch wahrscheinlich auch unter dem 250-Abo-Special-Video. Das war tatsächlich das, wahrscheinlich die beste, mein bestes Zimmer. Ja, könnte man es einfach so stehen lassen. Das war wahrscheinlich bisher mein bestes Zimmer, weil es einfach riesig war. Ich hatte also super viel Platz, ich konnte mich austoben, ich konnte machen, was ich will. Mehr oder weniger halt. Also nicht komplett auf... Versteht schon. Und ja, dann bin ich hierhin umgezogen. Und ja, dann bin ich irgendwann hierhin umgezogen. In dieses, ähm, ziemlich kleine Zimmer, könnte man sagen. Ähm, falls euch gerade, warum mir gerade diese Kamerawicke so komisch ist. Warum bist du nicht normalerweise da und man sieht dort das Bett? Tja, warum stehe ich jetzt hier mittendrin im Raum? Liegt daran, dass, ähm... Ich umziehe. Loll. Die letzten paar Wochen waren tatsächlich ziemlich schwierig für mich, weil ich, äh, sehr viel wegen Umzug tun musste. Und, äh, ja, es gab irgendwann so einen Punkt, dass ich eine Woche lang so ein Gaming-Setup hatte. Also ich weiß ja nicht, das ist ja wirklich der größte Luxus-Gaming-Setup ever. Also, ich glaube, das sind alle leidig auf mich. Das erste Video, was ich auch hier in diesem Zimmer gemacht habe, oder beziehungsweise nicht gemacht habe, aber auf jeden Fall hochgeladen habe, als ich dann hier auch eingezogen bin, das war dann das, äh, FNAF 1-Display. Äh, das erste Video, was ich hier aufgenommen habe, war wahrscheinlich, wahrscheinlich, ähm, FNAF 1 Folge 2. Höchstwahrscheinlich war das das erste Video, was ich hier aufgenommen habe. Vielleicht haben Pflanzkundzommys wieder, ich kann mich nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall, das hier ist das letzte Video, was ich hier in dieser Wohnung mache. Wenn ich dann umgezogen bin, dann werde ich euch wahrscheinlich eine ganz, ganz kleine, also wirklich super kleine Roomtour geben, damit ihr wisst, hey, ich bin wieder da. Ab morgen, oder wenn das Video halt online kommt, ab dem Tag morgen wieder Videos. Wie immer. Ja. Super. Ja. Voll das Trash-Video. Keine Ahnung. Äh, das soll es jetzt gewesen sein. Hab ich nicht so wunderschöne Poster, die jetzt alle noch mitkommen. Oh mein Gott. Freddy Fazbear. Hm, hm, hm.